Hallo. Ja, genau. Lauf, lauf, einfach lauf. Ich bin weg, bist dahin. Nora, bleib dir hinter der Ecke und geh sterben, danke, tschüss. Kapitel 6, Endstation. Ja, das ist Nara's Endstation, weil ich ihm danach übern Haufen schieße. Warte, da spiel ich mir umdrehen, ich werde Nora nach diesem Ding umbringen. Mhm. War nicht im Spiel, ich mein, ich bringe Nara. Ich glaube, wir werden dieses Spiel nach den Aufnahmen nicht mehr anrühren. Na doch, vordermodus geht immer alle. Doch, also ein bisschen umrühren muss ich's noch. Sonst wird's ein bisschen sauer. Ernsthaft? Nee. Nee, vordermodus geht immer alle. Ja, da bräuchten wir wirklich mal vier Stück. Ach scheiter, da brauchen wir vier, wir können das zu dritt auch, Alter. Absprechen geht das schon. Zupac, Tücher. La 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 laaa. Lalalala, la la laa la laaaa. Wawkwawkwawkw��. Werder, wow, irgendwas. Fynn, dass der Stade ist, metresfteliness haben. Mal sacar medios die местen, Campione. Wobei sie wissen, solche. Nie verspielen gegen Stade zu Это. Let me think of ein ifster Teancen, Ang Natanz von Tücher. Gut, gehen wir durch D-Tier. Nein, D-Tier. Was? Falsches Logo. Du brauchst die richtige Marke, Junge. Das hier ist gerade Red-Like-Roses Part 1. Hey, was ist mit dem Wadley? Alle Spuren führen ins Wadley. Und hört nur, na, na. Bestes Commentary ever, Alter. Ja. Ich bin richtig so Zelda-like, ey. Ich bin es. Ich hab Maximilien, aber ich kann nicht mehr Ulten. Ich hab die andere, ich hab nur maximal Ulten, Alter. Ulti-Bonus! Alles klar. Halber, du blödes, blödes Arsch. Ich liebe die Ulti einfach so hart. Da würd man sich noch ein paar EP abgreifen. Ne, da kommst Halber von hinten und setzt seine Ulti ein. Alter. Oh, der AOE-Damage-Coach-Stormen. Heißt du, derjenige beschwert sich, dass man die Waffen bei Borderlands kommt. Halt die Schnauze, weil das sind nicht Borderlands. Ja, ja, das weiß ich nicht. Nehme ich mal wieder, Wann-Wann. Wann-Wann. Ich wollte die Klima-Attacke machen, deswegen du behindert, Alter. Mein Gott, du behindert. Sagt der Richtige. Das ist die Schnauze, aber nicht überhaupt da, Alter. Ulti! Da kann man sich wenigstens einig sein, ne? Wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Alles klar, ja. Wer hat Honig bestellt? Du hast Honig im Kopf. Boom! Ich nahe, dass ich den Kill geskillt habe. Haha, guck mal! Schmier! Worauf warten wir? Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe da eben noch was gesehen. Ah, sei noch da! Boah! Ulti! Hup! Was? Fup? Hup, hup, hup! 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 Ich erinnere mich, wie der Sombra diesen Spruch bekommen hat. Hup! 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 Das geht schneller. Ein Tür auf! Ein Uralten Schlüssel. Ein Uralten? Ein Uralten, ja. Aus dem Ural-Gebirge? Ja. Ne, aus dem Ural-Gebirge, Alter. Aber auch Uralen näher kommt. Ja, ich mach aus dir gleich Anal-B. Hey, das ist meine Fangen. Oh nein. Ihr wisst was jetzt kommt. Nee. Ihr scheiß Laser. Ach nee, was für ein Laser, Alter. Ja, Laser, die aus dem Boden rauskamen. Kann nicht hier. Ich war die Meinung, ja. Ja, das wäre halt nur gewesen, dass ich hier irgendwo nur einmal einen Laser bedienen habe, die hier aus dem Boden rauskamen. Irgendwo, Alter. Oh, ich hab Skills. Du hast die Skills? Ja, ich hab nicht irgendeine Skills, das Geld. Ich hab alles aus dem Fotzis unterfällt. Okay. Da hab ich ja früher so gesehen, ich und meinen Golf. Also ich hab noch gar... Ah, okay. Das war erst mal so, dass Niedern guckt. Ich und meinen Golf. Ich und meinen Golf. Und meine Schwester hat ja ein Golf. Gleich hat meine Schwester markiert. Ja. 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 Ja, wisst ihr, ne? VW 23.000 Stellenabbau. Ja, läuft. Ja, wenn's mal gesagt wird. Ja. 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 Ja.. compassionately. Das Gage. Ja. Ja. Ja, er ging, ihr könnt mich mal. So, nun bin ich auch wieder da. Ach du Scheiße. Erstmal, weißt du, Nane kommt rein, Nane kommt rein, ich hab grad so neun Gegner weggemailt und eine Ulti. Ursi! Ein Ursa. Minor. Minor? Minor, das ist doch ein Stern. Das ist ein Stern, glaube ich, Ursa Minor. Keine Ahnung. Nächster Teddy. Doch ziemlich sicher. Aber es ist ne Galaxie, kann auch sein, Sternengalaxie ist fast dasselbe. Aua, Aua, Aua. Aua. Gut. Hey. Ulti! Ich hab da echt B gedrückt, was ist denn los, Alter? Aua, Aua. Aua, Aua, Aua. Aua, 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 Aua. Alte! So! So! So, jetzt kommt Numero Uno. Was? was du bist numero dos das hast du jetzt nicht gemacht besser als wenn du photoshop bist du aussiehst wie photoshop ich meine wir spielen ja hier schließlich auch every day saturday und ich glaube hier war das letzte mal ende ja bis dahin ne und tschüss